Hm, hm. 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 Ja, Spiel, was, ähm... Was soll ich da machen? Hallo? Ähm... Hm. Ha, ist das jetzt blöd? Ja. Der Atem von ihm one-shot mich immer und ich hab keine... Also, letztes Mal bin ich weggelaufen von dem Atem. Das hat nichts gebracht. Ich bin nicht hingelaufen zu ihm, das hat auch nichts gebracht. Hm. Äh, ja. So, einmal wieder in die Brücke. Und dann alle Skelette verrecken lassen. Bup. Haha. Tschüss. Oh, ganz viele Seelen bekommen. Ähm. Ich glaube, man kann da runter. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass man da runter kann. Ja, Ball kommt wieder hoch. So. Äh, nicht hingeladen, danke. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Leute, meine Seelen liegen da. Auch gut. Aber es sind insgesamt 0... Oh, 720. Okay. Aber komm schon, da kann man auch bestimmt runter besser. Nachricht lesen. Verdammt teuer. Äh, check ich nicht. Ach, schon. Hitler war nie... Was? Hat niemand vergaßt. Hast du die Geschichte nicht aufgefasst? Ja, ich weiß. Die Juden. Die Juden. Da. Wow. Eben konnte ich da nicht runterklettern. Aber jetzt. Genau, Spiel. Genau. Funny. Funny. Und ja, Manuel, ich kenn die Geschichte, dass die Juden alle vergaßt haben. Okay, das ist jetzt ein neues Gebiet für mich. Heißt, ich wollte zaubern mal unseren... Unser Breitschwert. Oh. Hehehehe. Hello, Motherfucker. Huhu. Oh, ähm. Au. 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 Warum kann er so schnell angreifen? Was macht er? Au. Okay. Sowas macht er. Den kann ich noch nicht, den Prank. Danke. Ich bin jetzt auch weg. Gras raucht sich nicht von alleine. Bye, bye. Ja, da hast du recht. Gras raucht sich nicht von alleine. Eine Seele eines Dämonen habe ich dafür bekommen. Seele eines Dämonen. Hat uns ja nur 5 Estos Flakons gebraucht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter runter. Oder? Ja, ja, komm, wir gehen weiter runter. Alter. Wo hat sich gerade ein Skelett? Da. Große Titanitscherbe. Au. Alter. Au. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Ja, zu viele Gegner. Äh, anvisieren. Warum? Tritt er! Holy shit! Shit! So, Alter. Holy shit, Alter, diese Skelette. Und da steht der eine auch nochmal wieder auf. Ey, ohne Witz, was ist los mit dir? Ja, noch eins. Genau. Ho. Ho. Ho, ho, ho. So, jetzt gib mir all diese schönen Gegenstände hier. Piss dich. Steh auf. Piss dich. Nochmal. Alter. Ne. Ne. Immer schon nach Geheimwegen suchen. Hier unten sieht es nämlich sehr stark nach Geheimwegen aus. Vor allem hier diese Dinger. Ich weiß nicht, dass man da auch gegen rollen kann. Bip. Ne. Okay. Und dann hier noch. Und hier noch. Nope. Okay. Da schätze ich mal nicht. Testen wir noch auf der Seite. Ne. Und ne. Okay. Ab. Ab. Nach unten. Da ist schon mal ein Bonfire. Jetzt setzen wir uns dran. Wir haben nicht sehr wenig Estros so noch. Was haben wir hier? Augenbinde des alten Weisen und Hexenring. Was ist das hier wahrscheinlich? Das ist das hier wahrscheinlich. Pyromantenkacke. Okay. Und dieser Hexenring wird wahrscheinlich auch Pyromantenkacke sein. Wo ist denn der? Da. Versteckt Pyromantie enorm. Wow. Hier. Yep. No shit. Da. Aber weil wir das da unten gefunden haben. Ja, ja. Komm. Wieder 20 Skelette gespawn. Und ich möchte nochmal oben nach. Gucken. Was da so gibt. So. Was haben wir denn hier oben? Ach. Eine Kiste. So. Jetzt zeige ich mich erstmal um die Skelette kümmern. Hier hochkommen. Oder auch nicht. Okay. Ähm. Vorsicht vor Falle. Okay. Oh mein Gott. Ja, komm. Und dann haben wir ja auch die Mimmi. Tschüss. Schwarzklinge. Uh. Hört sich gut an. Schwarzklinge. 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 Uchigatana. Schwarzklinge. Uh. Das ist also ein besseres Uchigatana. Nicht schlecht. Aber ist glaube ich nichts für mich. Ja. Das hat wie diesen Stance Modus. Okay. Ist also einfach ein verbessertes Uchigatana. Nicht schlecht. Nicht schlecht spielen. Nicht schlecht. Vorsicht vor Nachhauen. Deswegen ist er versucht angreifen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Der hat auch ein bisschen Thought reingebracht. Nicht nur wie der eine wie. Vorsicht vor Falle. Uch. Ich schür das voll voll. Uch. Pass mal auf. Der hat auch noch beschrieben wie man das. Schaffen kann dann. Ne ne. Lass mal. Ich möchte aber hier nochmal gucken. Ob hier vielleicht irgendwo Reimel sind. Ob hier vielleicht irgendwo Reimel sind. So. Noch einer. Ne. Okay. Perfekt. Haben wir hier eine? Ne. Hier eine. Ne. Nope. Und. Naja. Hier vielleicht. Hm? Ne. Hat nur wohl ein komisches anderes Geräusch gemacht. Ne 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 ne. Bitte nicht verfolgen. Hä. Ausgetrickst. Mit dem alten guten Leuchtfeuertrick. Leuchte voll voll. Mmh. So. Wieder abchecken. Auch. Irgendwo. Vielleicht was ist. Ne. Heißt wir gehen hier weiter. Hm. Okay. Gebiet was ich nicht kenne. Lachen verzaubern. Los gehts. Hm. Feuergebiet Schwellender See oder Schwellender See Versucht Flucht What? What? What the fuck? Wollen wir mal sehen, was mich da wreckt Okay, noch eine große Titanitscherve Okay, okay Oh mein Gott, ich darf nicht dringen Nee, 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 komm, 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 komm Komm, wir sind fast Wo immer das ist Vorsicht vor Dämonen Okay Das sieht voll aus wie diese Gebiete Au, 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 au Sieht voll aus wie die Gebiete Wo Nadia und sowas immer waren Skorpionen Und ich glaube die eigentliche Spinnen Au Au Autsch Okay Der ist mit Fernkopf gestimmt Ange mir mal Au Au Au, 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 okay Ja, okay Ja, okay Ich bin Jan Ja, okay Ich bin Ja, okay Vielen Dank.